Radio PSR Tut er es oder tut er es nicht? Das ist hier die Frage. Saurier Park, Clay Baker, ahhh! Das ist aber schnell! Na, wie war ich? So, das können die kleinen Kinder 2.000 Male machen. Tut ein bisschen dahinter weh, ist das schlimm? Im Saurier Park, Clay Baker, da kann man was erleben. Da kann man sich bewegen, da kann man klettern, da kann man alles über diese Uhrzeitbiester lernen. Und man kann, wenn man möchte, auch gefressen werden. Aber noch habe ich es im Griff. Der Saurier Park, Clay Baker, das müssen Sie unbedingt mal gesehen haben. Aaaaaaah! Radio PSR Da-da-da-da! Da-da-da!